Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Forscher entdecken beeindruckenden Bankettsaal in Pompeji. Spektakulärer Fund. Archäologen entdecken eklektischen Bankettsaal in Pompeji. Im antiken Pompeji haben Archäologen kürzlich einen prachtvoll dekorierten Bankettsaal freigelegt. Der Raum, der für seinen künstlerischen Wert und den Reichtum seiner Dekorationen geschätzt wird, vermittelt neuen Einblick in das gesellschaftliche Leben der Bewohner von Pompeji vor der verheerenden Eruption des Vesuvs im Jahr 79 Nunker. Nach Berichten italienischer Medien wurde der Raum in einem als Haus des Orion bekannten Gebäude gefunden. Dieses Gebäude wird nach einem Mosaik benannt, das einen epischen Kampf zwischen den Kreaturen darstellt, die die Sterne des Orion und des Skorpion darstellen. Der freigelegte Raum ist mit eindrucksvollen Fresken geschmückt, darunter eine, die Dionysos zeigt, den griechischen Gott des Weines und des Vergnügens, der in freudiger Ekstase tanzt. Andere Darstellungen sind Themen aus der Aeneas-Sage und Mythen des Hercules. Die farbenfrohen Malereien und verzierten Mosaiken erzählen eine Geschichte von Wohlstand und Reichtum und erlauben uns tiefer in das gesellschaftliche und kulturelle Leben des damaligen Pompeji einzutauchen, erklärt die Direktorin des Archäologischen Parks von Pompeji, Prof. Dr. Osana. Der spektakuläre Fund wurde während einer Reihe von Ausgrabungen gemacht, die als Teil eines Projekts zur Stabilisierung und Neubewertung des antiken Ortes unternommen wurden. Die Arbeiten wurden vom Ministerium für Kulturgüter und Tourismus, der Universität Neapel Federico Zii und der Italienischen Nationalen Forschungsrat durchgeführt. Die Archäologen hoffen, dass der Raum nach entsprechenden Restaurierungsarbeiten bald für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann und damit einen weiteren Teil der faszinierenden Geschichte Pompejis erlebbar macht. Quellen Ministerium für Kulturgüter und Tourismus, Italien Universität Neapel Federico Zii, Italien Italienischer Nationalen Forschungsrat, Italien Anita Farke, Donnerstag, 11. April 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.